Ja, ein geiles Spiel. Alle Mann auf drei Tore. Da muss er richtig Spaß machen. So schön und jetzt geht es hin und her. Hier siehst du, immer alles schön am Ball hier. Bisschen locker. Ich spiele schon Sonntag jetzt, also gegen Gladbach. Ich hoffe natürlich auf den Sieg. Also normalerweise zweimal. Jetzt geht das Ding ab hier. Wunderbar. Diekmeyer, alle dabei. Ganz wenig. René Adler, schön, klasse. Ja, siehst du, Tor. Wunderbar. Bei drei Toren klappt er erst. Wenn du drei hast, dann fallen auch viele Tore. Alle vier Spars dabei. So muss das sein. Also ich bin auch optimistisch. Also du verlierst nicht zweimal gegen Gladbach. Das glaube ich nicht. Und dann hat Gladbach noch das schwere Spiel gegen Schallgemogen. Also das wird schon mal. Ich nehme an, dass er dafür das Ding hier findet. Um bis 26. Dann hast du schon mal gute Karten. So sehe ich das. Ja, Jungs. Also hier am Volksberg ist das immer noch nicht richtig schön. Auch hier Luca, hier Luca Waldschmidt. Auch ein guter. Der kommt bestimmt noch. Da bin ich von überzeugt. Die ganzen jungen Leute kommen noch. So ist das. Wunderbar. Schon wieder ein Tor. Also so viele Tore. Die kann ich gar nicht mehr zählen hier. Aber das sieht gut aus. Alles schön in Einsatz hier. So können sich alle sich bewegen. So, das war die erste Schicht erstmal heute. Alles klar. Tschüssi. Tschüss, tschüss. Tschüssi.